Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Wir Männer suchen doch alle eine Frau, die uns an der Morgenlatte packt und sagt, das kann ich so nicht stehen lassen. Alter, willst du ihn wirklich reinnehmen? Lass ihn uns erstmal aufnehmen. Gruppenvergewaltigungen sind furchtbar. Es dauert immer ewig, bis man drankommt. Und Monetarisierung weg. Wie sieht es mit dem Gehalt aus? Am Anfang 850 Euro, später 1500 Euro. Okay, ich komme später. Einmal ein Parfüm kreieren, nur um es dann Ödefröhliche zu nennen. Wir werden sehen. Gletscher nehmen, Klimawandel gelassen hin. Nennen sie mir 10 Tiere, die in Afrika leben. 4 Elefanten, 6 Giraffen. Es gibt 2 Dinge, die kann man sich im Leben nicht aussuchen. 1. Die eigenen Eltern, 2. den russischen Präsidenten. Eine Pizza mit einem Radius Z und einer Höhe A hat ein Volumen von Pi-Z-Z-A. Meine arroganzherzlichen Grenzen, seit ich perfekt bin. Ich bin kein Botaniker, aber ich erkenne eine Pissnelke, wenn sie vor mir steht. Schreibt man das Wort Frau rückwärts, ergibt das Oa ab. Beides nicht zu verstehen. Arzt, diese Tabletten nehmen Sie dann bitte immer zu den Mahlzeiten. Also 8 Mal am Tag? True Story. Freundin ist das erste Mal bei mir zu Hause. Wo ist denn das Klo? Oh, im Badezimmer. Wie lief dein Date? Weg. Ich liebe die Sommerzeit, da ist es abends beim Schneeschaufen länger hell. Die ganze Zeit Angst, dass man der Ex wieder begegnen könnte. Ich hasse es, den Garten umzugraben. Als Elternteil eines Kleinkindes lernt man ganz schnell eine Tafel Schokolade unentdeckt zu verstecken. Im Mund. Quer. Ohne zu sabbern. Unten oder oben. Egal. Mir auch. Beziehung. Du denkst an Sex und bekommst die hässliche Brötchenhälfte. Also ich finde die Reaktion von Hawking auf Merkels Widerweiler schon sehr übertrieben. Ein volles alkoholisches Getränk zu verschütten, ist die erwachsene Version vom Verlieren des Luftballons. Bist du bekloppt und nicht plan plan, dann abonniere Master Jam. Bis zum nächsten Mal. Bist du bekloppt und nicht plan, dann abonniere Master Jam. Das war's für heute.